Wie geht's weiter mit der Rente, Frau Präsidentin Rossbach von der DAV? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In einem Beitrag im Internet, den ich heute gefunden habe, ich blende das mal ganz kurz ein, sagt die Frau Rossbach, dass es wohl keinen aktuellen Handlungsbedarf beim Renteneintrittsalter geben solle. Da sage ich auch, ja, das ist korrekt. Warum sollten wir das Renteneintrittsalter, was wir aktuell schon stufenweise vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr angehoben haben, nochmals erweitern? Das ist gar nicht unser Problem. Es wird viele, viele Menschen in Deutschland geben, die können gar nicht bis zum 67. Lebensjahr arbeiten gehen und werden dann vorzeitig in Rente gehen, entweder mit oder ohne Abfliegen. Das ist auch klar. Aber die Botschaft, die hier Frau Rossbach sozusagen sendet, dass man doch noch genügend Zeit habe und wie es dann weitergeht mit dem Renteneintrittsalter und wie es vielleicht auch weitergeht mit der gesetzlichen Rentenversicherung, mit der Zukunft, dass man da bis 2031 Zeit hat, das halte ich für sehr gewagt, liebe Frau Rossbach. Das sehe ich nicht so. Die aktuellen Zahlen geben uns mittelfristig bis 2025 Zeit. Danach wissen wir überhaupt nicht, wie es dann mit der gesetzlichen Rentenversicherung für die Zukunft aufgestellt ist. Aktuell, das dürfte klar sein, haben wir keine Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung. Aber wenn die Babyboomer kommen und die werden kommen, die werden in Rente gehen, wir merken das ja aktuell auch in unserer Anwaltskanzlei, wird es dann deutlich heftiger werden für die deutsche Rentenversicherung. Und dann geht nämlich die Frage los, wer soll das dann alles noch bezahlen, wenn wir immer mehr Rentner bekommen und weniger Beitragszahler. Also das Thema mit der Anhebung der Regelartersgrenze vom 67. Lebensjahr dann noch höher, das halte ich für einen völlig falschen Weg. Das ist auch meine Grundposition, die ich immer wieder sage und die verteidige ich auch, sondern ich bin dafür, dass wir endlich mal die Diskussion in eine andere Richtung lenken und zwar in die Frage oder die Frage, warum wir in Deutschland nicht endlich eine einheitliche Rentenversicherung haben, in die alle einzahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.